moin leute willkommen zur nächsten folge turo wir joinen drauf so wir waren hier im meter ich habe eigentlich jetzt nicht mehr so lust in zwei teams halten was ich weiß das ist mein equip halt schon ganz gut ich war sehr gut jetzt da wir noch pfeile machen können das deck uns hin frei das ist doch echt lecker ist aufgefallen ich habe noch ich bin nicht voll pro 2 mehr für noch die pro 2 auf boots und die hätte ich halt gerne noch die pro 2 woots deswegen hier gerade noch zwei drei level holen und dann geht es raus aus dem meter pro 2 früh reicht jetzt erst mal ich werde hier früher später noch mal zurück haben für wird hier für wird hier für rot 3 wahrscheinlich hier 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 ich habe halt echt kein Bock die noch zu treffen wobei ich denke dass die noch farmen weil sonst hätten sie schon wenn sie oben sind hätten sie wahrscheinlich einen kill oder so weil die früh gefeiert haben aber kann halt auch sein dass die gerade oben sind apple fahren oder so ist mir jetzt gerade ein bisschen egal wenn ich echt bin weil die in einer minute gekriegt werden und dann bin ich wieder solo auf dem server wir wünschen zu weit und wenn sie jetzt bauen sind da wird es lustig jetzt wenn die weg werden können sie schon ein rauskicken zu lassen aber ich denke nicht dass sie am spawnen sind so so Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss gerne vielleicht sogar runter gehen und schauen, dass ich noch Melanzeeds anpflanze und vielleicht ein bisschen Goldfarm. Was anderes kann ich gerade nicht groß machen. Brauche ich aber die zwei Kolleginnen, muss ich da mitnehmen. Ja, ich gehe mir aus dem WX-Pack. Ich habe Turo. Let's gucken, ob der im Spawn ist. Ein Solo. Ja, kann man fighten halt. Na gut, ich frenge jetzt nur noch kurz runter im Spawn. Gehe ich runter. Okay, ich gehe runter. Äh. Weil darauf habe ich keine Lust. Ähm. Lol. Border tot. Anscheinend. Äh. Ähm. Das war's für heute. Ich habe anscheinend WorldEdit im Gebrauch. Normal, weil ich jetzt ungefähr in der Folge fighten, hätte ich auch jetzt gegen den einen, aber mein Sub ist ja ganz gut, aber ich hätte halt gern mehr gehabt, wenn ich auch in einen 2v1 vielleicht noch mal rein kann. Deswegen, nicht wundern Jungs. Bei Haragiri muss ich ja nicht grad machen. Das hätte ich auch mit Phil nicht gemacht. Apropos Phil, ich hoffe, dass er bald in den nächsten Aufnahmen vielleicht noch mal dabei ist. Wenn ich auch jemand zum Talken habe. Naja, jetzt kannst du noch fast Projekte haben, weil ich auf jeden Fall auch keinen anderen vom Projekt mit drin haben in dem Anruf. Weil ich das ab jetzt irgendwie dann doof finde. Das ist wieder ein Gap mehr. Wahrscheinlich. Ne, doch, genau. 2 Gaps kann ich mehr machen. Das heißt 15. Ja, 4, 5 Gaps sind bis jetzt. Jetzt habe ich natürlich den Dirt weggeschmissen. Oh, ich finde hier Dirt. Zumal bringt mir halt nix, wo ich bis der Case mische hier so ein bisschen rum. Wenn ich in die Richtung spawne. Ok, das ist gut. Ich hätte halt echt gerne ein bisschen mehr Gold, ne. Aber würde halt auch jetzt gerne die Melonen anfrenzen. Ich habe gerade nicht wirklich kein Gold weiter von, weil die Melonen. wobei ich pflanze hier unten. Dann sind die wenigstens jetzt die nächsten zwei Tage schon mal safe und dann wachsen die hoffentlich. Ich habe gerade nicht mehr geblieben. Ich habe auch hier noch einen neuen Gap mehr geblieben. Ich habe gerade noch einen neuen Gap mehr geblieben. Ich habe jetzt noch einen Gap mehr geblieben. Noch einer down, aber der wird wahrscheinlich auch gebleibt. Ich habe halt nicht meinen Knochen mehr. Ich fühle mich sicher, wenn ich Dirt nebendran bleibe, weiß ich keine Ahnung, weil ich echt nicht so viel Ahnung habe von Farben und Sachen da. Deswegen mache ich hier lieber Dirt nebendran, wo das dann drauf wachsen kann. Oh Junge, da kommt ein Pad auch noch drauf. So, ich habe jetzt noch ein Pad. So, ich habe jetzt noch ein Pad. So, ich habe jetzt noch ein Pad. Okay. Okay. Okay, Jungs, das war's in der Folge. Bis dann. Ciao.